Die Sendung wird unterstützt von Spiecher Handwerk AG. Ihr Fachgeschäft für Naturbettwaren. Warum sollten wir eigentlich ständig glücklich sein? Denk doch auch mal negativ. Nimm die Freiheit, ab und zu auch mal unglücklich zu sein. Der Mann, der das sagt, ist der evangelisch reformierte Theologe Manuel Schmid. Er hinterfragt das gängige Mantra vom positiven Denken. Und auch, dass unsere Gesellschaft permanent auf Glücksoptimierung ausgerichtet ist. Dass er so denkt, hat Gründe bis tief in seine Vergangenheit. Als elfjähriger Junge hat Manuel Schmid einen krassen Einschnitt in seiner Familiengeschichte erlebt. Ein Ereignis, das ihn und seine Familie bis heute prägt. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Unsere Sendung kommt heute aus dem RefLab, sozusagen im Online-Labor der reformierten Kirche Zürich. Und ich begrüsse ganz herzlich Manuel Schmid bei uns in der Sendung. Wir sagen uns du, gell? Wie abgemacht. Genau, sehr gerne. Du bist evangelisch reformierter Theologe. Du hast doktoriert. Seit anderthalb Jahren bist du angestellt von der reformierten Kirche hier im RefLab. Was ist das? Kannst du das in zwei, drei Sätze sagen? Ja, das RefLab ist eigentlich ein aussergewöhnliches Projekt. Ein Pionierprojekt für die reformierten Kirche. Wir arbeiten vor allem online. Wir machen Audio- und Videopodcasts, die regelmässig erscheinen, wöchentlich oder monatlich. Und sich mit Fragen von Religion, Glauben auch in Kultur und Gesellschaft auseinandersetzen. Wir schreiben Blogbeiträge, Texte, die man auf der Website abrufen kann. Und das Ganze ist gerichtet eigentlich für ein Publikum, wo Kirche fern ist. Wo jetzt nicht zu der Kerngemeinde der reformierten Kirche gehört und jede Woche im Gottesdienst aufkreuzt, sondern vielleicht sogar seit Jahrzehnten nicht mehr zu tun gehabt mit der Kirche. Und gar nicht unbedingt erwartet, dass dort noch etwas so richtig Erfrischendes und auch Digitals Ihnen entgegenkommt. Es ist wirklich erfrischend, auch wenn man euch zuhört. Es ist eigentlich auch kein Thema, das ihr auslöst. Unsere Sendung heisst heute auch Stress mit dem Glück. Und wir haben schon ein bisschen im ersten Teil der Sendung ein paar Gedanken von dir angetönt aus deiner Blogserie zum Thema Glück. Bist du grundsätzlich ein glücklicher Mensch? Jetzt gerade, wenn du so kurz in dich hineinlost bist. Ja, das ist eben eine gute Frage. Oft nicht unbedingt. Ich würde jetzt sagen, das Thema ist ein Thema, das mich vielleicht immer wieder beschäftigt, weil es für mich nicht selbstverständlich ist. Ich lebe nicht mit diesem permanenten Gefühl, ein glücklicher Mensch zu sein. Ich kenne Zeiten, in denen ich würde sagen, glücklich ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt. Oder vielleicht nicht unglücklich. Und in vielen Zeiten auch tatsächlich unglücklich. Ich kenne das und darum beschäftige mich das auch. Es gibt ja auch Menschen, die einfach so ein Grundgefühl haben, die denken nicht über das Glück noch, die haben es einfach. Und ich gehöre jetzt nicht unbedingt zu denen. Das wäre auch schon ein Aspekt, wenn man zu viel darüber nachdenkt, dass man per se dann unglücklicher ist. Über das alles reden wir noch ein bisschen später. Zuerst einmal, wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen? Was steckt da dahinter? Ich habe einerseits als Pastor mit ganz vielen Lebensläufen zu tun gehabt, wo Menschen wirklich Schicksalsschläge erfahren haben, wo sie todunglücklich gemacht haben. Und ich bin selber mit einer Geschichte aufgewachsen, die mir so ein bisschen wie nachhaltig in den Knochen steckt, sage ich jetzt mal. Kannst du etwas mehr sagen? Das ist eine Unfallgeschichte? Ja, genau. Das war ein Autounfall, den wir als Familie hatten. Ich war erst so elf Jahre alt. Mein Bruder war neunig. Meine Schwester war noch viel kleiner. Die war, glaube ich, zwei Jahre alt. Und wir sind aufgebrochen in die Skiferien. Ein dicht bepacktes Auto mit Ski und Schlitten und alles. Und eigentlich kurz vor dem Ziel, das war so ein kleiner Skiort oberhalb von Thusis im Bündnerland, und kurz vor dem Ziel ist ein Auto in eine Kurve, in so eine schattige Kurve gefahren, wo es ganz wie so einen Schneematsch, so einen gefrorenen Schneematsch gehabt hat. Und es kam ins Rutschen, ist dann eigentlich zurückgerutscht. Und mein Vater hat versucht, das Auto, wenn möglich, am Berg zu halten. Und das Auto ist dann so abgedreht und eigentlich wirklich mit den Schnauzen voran. Zuerst so ein bisschen am Abhang so geschaukelt. Und ich habe irgendwie aus einer Panik raus, instinktiv, habe ich die Türen aufgerissen. Das war noch die Zeit, wo man sich nicht angeschnallt hätte. Du wolltest sagen, du kannst ihn nicht angeschnallt gewesen sein. Und das hat mir aber schlussendlich das Leben gerettet, weil ich bin dann rausgesprungen, bin den Hang abgerollt, das war wirklich so ein Steilhang gewesen, wie der Hang abgerollt, so 20 Meter und in einer kleinen Mulde zum Stillstand gekommen. Und das Auto ist nachher nachgefolgt, der Hang ab nicht nur gerutscht, sondern wirklich, es hat das Auto wild überschlagen. Ski sind in alle Richtungen davor gespickt. Und das Auto, ich kann mich erinnern, wie der Schatten des Autos sich auf mich drauf legt, das Auto ist dann auf die Mulde gelegt und dann noch etwa 100 Meter weiter den Steilhang abgerollt. Das ist heftig. Ja, ich habe sogar die Stimme von meinem Vater noch im Ohr, wie er Gott anruft beim Abstürzen. Und das Auto ist dann unten durch einen Baum zum Stillstand gekommen, eigentlich kurz vor einem Steilhang, wo der ganzen Familie definitiv das Leben gekostet hätte. Und so haben alle überlebt, aber mein Bruder hat ein schweres Schädel-Hirntrauma gehabt, hat eigentlich im Helikopter praktisch wiederbelebt werden müssen, ist im Koma gewesen nach mehreren Wochen. und ist seither auch beeinträchtigt körperlich und geistig, hat es sehr, sehr lange gebraucht, bis er überhaupt wieder reden lernen konnte, laufen lernen und so weiter. Und ich bin dann auch, ich bin, also für meinen Vater muss das ganz schrecklich gewesen sein, weil er zum Auto aussteigt und der Bruder ist scheinbar oder fast tot, oder? Und ich selber bin nicht im Auto und dann hat er mich angefangen zu suchen und hat dann realisiert, dass ich weiter oben in dieser Mulde liege. Und das Auto hat mir eigentlich dann das Bein praktisch vollständig abgerissen auf der Wadenhöhe. Und ich hatte dann auch natürlich eine lange Spitalgeschichte. Ich war fast ein halbes Jahr im Spital, 25 Operationen gehabt mit Vollnarkose. Also man hat mir alles mögliche, transplantiert Haut und Gewebe und Knochen und so, vom Becken und vom Rippen und alles Mögliche, hat man da in das Bein runtergeoperiert, um das irgendwie zu retten. Und das ist dann auch gelungen, als ich mein Bein behalten konnte. Ich habe aber natürlich eine ganze, ich würde sagen, insgesamt eine traumatische Geschichte, wo ich damit habe zurecht kommen müssen. Also persönlich mit dieser Verletzung und all dem. Und dann natürlich mit meinem Bruder, wo... Wir waren wie Zwillinge, oder? Wir sind miteinander so aufgewachsen. Und dann bei ihm ist das eine so eine einschneidende Geschichte geworden. Er war im Rollstuhl, hat man so in heilpädagogische Schulen nachher. Das ist sehr... Das ist so der Event in unserer Familiengeschichte, oder? Also wenn wir Dias anschauen von früher, oder so, dann ist die erste Frage, die wir stellen, ist immer, ist es vor oder nach dem Unfall? Weil das ist so die Zäsur. Hast du aus dem heraus auch mehr Verständnis für Leute, die so Sachen erleben? Ich glaube schon, ja. Also ich habe natürlich dann auch... Also wie schnell das etwas eben nicht mehr so ist, wie es vorher war. Ja, ja. Das würde ich schon sagen. Das ist auch so ein bisschen wie eine Sensibilität oder ein Instinkt in mir drinnen, wenn ich das Gefühl habe, dass vielleicht auch Leute ihres Lebensglück allzu selbstverständlich nehmen oder das Gefühl haben, sie hätten das alles verdient und sich erarbeitet und sich nicht bewusst sind, wie wenig das braucht, bis man fundamental auf die Hilfe von anderen angewiesen ist und bis Karten vom eigenen Leben einfach komplett neu gemischelt werden. Ich habe das dann halt auch erst im Nachgang gemerkt, wie stark das mich geprägt hat und meine Gedanken über das Leben, meine Erwartungen vom Leben. Ein Moment in einem Auto, ein Augenblick langt, dass nachher alles anders ist. Langt, dass dann jemand plötzlich im Rollstuhl ist und aus dem Röhrchen muss essen, oder? Und natürlich, du bist ja eingestiegen mit dieser Frage, bist du ein glücklicher Mensch? Das hat natürlich auch mein Verständnis vom Leben sehr stark geprägt. Ich lebe schon in dem Bewusstsein, es ist nicht selbstverständlich, was ich habe und es könnte sich jederzeit alles ändern. Und das macht mich vielleicht ein bisschen zu einem vorsichtigeren Menschen oder vielleicht auch zu einem nachdenklicheren Menschen, vielleicht manchmal auch zu einem grüblerischeren Menschen, als wenn ich das alles nicht erlebt hätte. Da hast du ganz spannende Gedankengänge, die du immer wieder raushaust. Jetzt auch zum Beispiel in dieser Blogserie, wo es eben genau Glück, Unglück, so ein positives Denken und so geht. Ich möchte ein paar Sachen rauspicken und dich damit konfrontieren und dich bitte, noch ein paar Gedankengänge dazu zu sagen. Zum Beispiel sagst du im Blog zum Thema Glückstress, dass wir eben in einer glücksverliebten Gesellschaft leben. Es ist allen klar, das Ziel des Lebens ist, dass man glücklich wird. Warum ist aus deiner Sicht Glück auch so ein bisschen zu einem Stress geworden? Ich glaube, wie es halt wirklich so ein Erwartungsdruck herstellt. Wir sind in einer hoch individualisierten Gesellschaft. Das ist ja wichtig, um das zu sehen. Das ist gar nicht immer so gewesen. Wenn man jetzt vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren oder vor 500 Jahren irgendjemanden zu Nacht geweckt hätte und gesagt hätte, was ist das Ziel des Lebens? Man hat wahrscheinlich von niemandem gehört, dass ich mein individuelles Glück finde. Das war für lange Zeit nicht das Ziel des Lebens. Man hat gesagt, dass ich meine Familie ernähren, dass ich ein guter Bürger bin, dass ich gottwohlgefällig lebe oder was auch immer die Leute gesagt hätte. Das bedeutet natürlich nicht, dass man sich nicht früher auch schon gefreut hat, wenn man glücklich wird. Aber so die Selbstverständlichkeit, mit der man heute sagt, das Verfolgen des persönlichen Glückes, ist das Ziel des individuellen Lebens. Diese Selbstverständlichkeit ist relativ jung. Und das gibt dann so eine Art Erwartungshaltung. Ja, das Leben muss mir das Glück irgendwie auch bieten. Und es wird ja auch demonstriert. Wir sind in einer Social-Media-Gesellschaft, wo man auf Facebook und auf Instagram und auf TikTok irgendwie seine fröhlichen Momente teilt und zeigt, wie viele Freunde das bei einem selber auf das Selfie passen und wie lange man Party gemacht hat und wie weit man in die Ferien gefahren ist und wie glücklich die Familie ist. Vielleicht hat man für das Fotos dann etwa 100 Anläufe gebraucht und die Kinder mussten mit allem Möglichen drohen, bis sie endlich ein Lachen für gepresst haben. Aber am Schluss wird das Foto gepostet. Und es schafft es so ein bisschen, bei denen, die das sehen, auch so ein bisschen ein. Doch ja, also, alle sind glücklich. Ich sollte es ja doch eigentlich auch sein. Ich habe einen Glücksstress. Genau schon. Also bei den einen habe ich eh das Gefühl, die sind immer in den Ferien. Ja, ja. Sie sind nur im Kaffee trinken, das ist unglaublich. Irgendetwas mache ich da falsch. Dann redest du auch zum Beispiel sogar von der Unbarmherzigkeit, vom positiven Denken. Das habe ich noch interessant gefunden. Und das Gefühl, wo ja gewisse Leute haben, ich bin eigentlich offensichtlich selber geschuld, wenn ich gewisse Sachen nicht umsetzen kann. Ich habe das Unglück richtig angezogen, durch meine negativen Gedanken oder durch meine Zweifel. Und eigentlich hätte ich sie in der Hand gehabt, aber ich habe sie irgendwie nicht recht hergebracht. Ja, ja, das ist halt so das Mantra von du musst glücklich werden. Das Ziel von deinem Leben ist, dass du Glücksmomente sammelst, dass du maximal glücklich wirst. Und dann ist ja, denke hinter dem ganzen Optimismus- Mechanismus, oder? Denke ich ist, wenn du glücklich werden willst, musst du glückliche Gedanken, positive Gedanken kultivieren. Und dann ziehst du das Glück an. Und ich meine, das hat ja etwas. Ganz falsch ist das ja nicht. Die gefährlichen Ideen sind ja immer die, die nicht ganz falsch sind, aber eben leider auch nicht ganz richtig, oder? Also es hat schon etwas. Aber es hat eben ganz, ganz enge Grenzen, das Denken. Auch Leute, die mit dem Positivsten rechnen, erfahren die schlimmsten Sachen. Auch Leute, die damit rechnen, dass ihnen das Glück immer holt ist, werden vom Schicksal eingeholt. Das gibt es ja so Geschichten, oder? Und dann, die Kehrseite vom Ganzen, ist eben auch ein Problem. Es ist eine wahnsinnig unbarmherzige Ideologie. Ich meine, die Bücher, die sind Millionen Mal verkauft worden, die das positive Denken propagieren. Aber die Rückseite ist natürlich, wenn du dein Glück mit deinen positiven Gedanken anziehst, dann ziehst du dein Unglück auch mit deinen negativen Gedanken an. Und das heisst, auf Deutsch gesagt, dass wenn du vom Arzt heimkommst, mit einer niederschmetternden Diagnose, oder wenn deine Familie auseinanderbricht, oder wenn dir etwas, eben ein Unfall passiert, irgendetwas Schicksal dich ereilt, dann passiert dir das, weil du zu wenig positives Denken kultiviert hast. Oder christlich, weil du zu wenig positiven Glauben kultiviert hast. Wie auch immer. Und dann bist du eigentlich selber die Schuld. Das ist eigentlich so ein bisschen eine sehr unbarmherzige Form von diesem Karma-Denken. Es fällt alles, aber in einem Leben drinnen. Es fällt alles auf dich zurück. Wenn es dir dreckig geht, dann bist du wahrscheinlich für das auch noch selber verantwortlich. Und du schaffst es immer wieder, auch auf eine gute Art, zu irritieren in deinen Blog-Einträgen. Zum Beispiel sagst du, ich zitiere, es kann regelrecht befreiend sein, sich selbst Zeiten des Unglücks zuzugestehen. Ja. Also dass sogar eine Freiheit darin besteht, ein bisschen unglücklich sei zwischendurch. Ja, genau. Das war ja auch der Übertitel von dieser Blog-Reihe, von der Freiheit, unglücklich zu sein. Und ich bin davon überzeugt, weil wir in einer Kultur sind, wo uns das so einredet, du musst jederzeit glücklich sein und strahlen wie ein Atomkraftwerk. Du musst Freude signalisieren. Und manchmal passieren uns Sachen, wo die einzig angemessene Reaktion ist, einfach mal unglücklich zu sein und sich das auch zuzugestehen. Und mindestens vielleicht bei seinen Freunden und Vertrauenspersonen sagen, schau, mir geht es im Moment nicht gut. Ich bin im Moment nicht glücklich. Und ich finde, das hat etwas Befreiendes, wenn man sich von diesem Zwang freimacht. Nicht, dass man natürlich schwelgt in seiner Schwermut. Das wäre ja das andere Extrem. Aber dass man sich das zugesteht. Es geht ja nicht darum, ich will unglücklich sein. Ich meine, ich bin ja lieber glücklich als unglücklich. Aber das Leben mutet uns zum Teil Situationen zu, wo es uns unmöglich macht, einfach glücklich zu sein und sich dann zugestehen, ich muss das auch nicht. Das hat etwas Befreiendes. Du machst dann noch eine Aussage über das sogenannte Glücksparadox. Also man weiss ja so ein bisschen, das hast du da zusammengefasst aus der Glücksforschung, dass man eh nicht davon ausgeht, Glück ist nicht etwas, was ich direkt anstrebe und genau dann trifft es ein, sondern es ist so wie ein Nebenprodukt. Exakt. Ich lebe und so und dann plötzlich kommt es vorbei und es geht vielleicht auch wieder. Dann schreibst du eben das Nebenprodukt und dass es sich auf etwas ausrichtet, das grösser ist, als man selber ist. Ist das bei dir als Theolog, landest du dann da automatisch fast bei Gott? Nicht unbedingt automatisch, aber es hat für mich natürlich viel zu tun mit dem Glauben. Ich finde das eine faszinierende Einsicht, dass Glück sich eigentlich dann einstellt, wenn man es nicht mehr so verbissen sucht. Also das ist ja eben das Glücksparadox, dass die Leute, die besonders hart probieren, glücklich zu werden, sehr schlechte Chancen haben, ans Ziel zu kommen, weil das Glück eben nicht ein gutes erstes Ziel ist, sondern ein Nebenprodukt von einem höheren Ziel. Ein Nebenprodukt von einem Leben, das für etwas Grösseres lebt als für das individuelle Glück. Und das ist ja auch ein bisschen das Verhängnisvolle an diesem Glücksmantra unserer Zeit. Je mehr die Einzelnen versuchen, ihr individuelles Glück zu verfolgen, desto geringer werden die Chancen, dass sie es auch wirklich finden. Weil sie dann so fixiert sind auf ihre Glücksmomente und Glück vielleicht sogar noch mit Spass verwechseln und das Gefühl haben, sie müssen jetzt einfach den Spass suchen, dann sind wir bei dieser Erlebnisgesellschaft, die sich aber innen durch irgendwo aushöhlt. Weil das Glück sich eben dann geheimnisvollerweise einstellt, wenn man nicht mehr darauf fixiert ist, sondern sagt, ich lebe für etwas, das grösser ist als mein individuelles Glück. Und das kann natürlich mit dem Glauben, der Gedanke kann mit dem Glauben verbunden werden. Das ist letztlich, kann man das zusammen sehen mit dem, was Jesus auch sagt, sehr fromm, arm, mutend diese Worte heute, aber wenn er sagt, trachtet nach dem Reich Gottes, er richtet euch auf das, was gut und gerecht und schön ist, könnte man vielleicht übersetzen, richtet euch das Leben auf Gott aus und auf das, was er wirkt in uns und durch uns und dann wird euch alles andere zufallen. Und das ist so das Nebenprodukt vom Glück, das sich dann einstellt, wenn wir für etwas Grösseres leben. Was ich noch ganz spannend bei dir finde, ist auch du als jemand, der jahrelang Pastor war in einer grossen Freikirle. Hast du Verständnis für die Leute, die sagen, manchmal habe ich das Gefühl, es geht allen bestens und habe ich überhaupt Platz mit dem, was ich im Moment erlebe, meine Lebensrealität, die hat nicht so Platz in einer Freikirle oder in einer Kirche. Also gehe ich lieber gar nicht und schaue mir am Sonntagabend den Tatort an, der hat mehr mit meiner Lebensrealität zu tun. Das ist jetzt auch ein bisschen zugespitzt, oder? Ja, ja gut, absolut, ich habe vollstes Verständnis. Bist du so Leuten auch begegnet im Verlauf deiner Zeit? Immer wieder und ich war auch so jemand, immer wieder. Also ich habe natürlich selber Gottesdienst erlebt, ich habe selber Gottesdienst mitgeprägt, wo ich das Gefühl habe, da komme ich eigentlich nicht mehr drin vor. Mit meiner Situation. Die Lieder, die wir singen, die Stimmung, die wir prägen, die Atmosphäre, die wir kultivieren, die ist alles auf einem derart hohen Fluglevel, dass ich irgendwie mit meinen Sörgen, mit meinen Nöten, mit meiner Zerbrochenheit auch, dass ich irgendwie gar nicht raufkomme, ich kann die Hürde gar nicht mehr. Und das ist eine Beobachtung von mir, in der Bibel auch, wo wir ein bisschen die Augen geöffnet haben, dass bei den Psalmen jetzt, also wenn man sich an einem Buch orientieren will, im Blick auf Gebete und Gottesdienste, dann ist man bei den Psalmen an einer guten Adresse. Und die Hälfte der Psalmen sind Klagepsalme, wo Leute in äusserster Zerknirschung, manchmal in äusserster Verbitterung vor Gott treten. Und es gibt dann übrigens ja auch Klagepsalme von der Gemeinde, nicht nur vom Einzelnen, wo eine ganze Gemeinschaft quasi solidarisch mit den Zerbrochenen vor Gott kommt und das Leid geklagt. Aber es ist nicht jammern. Nein, es ist nicht jammern, aber es ist auch nicht so die theologisch säuberlich zurechtgeleite Art zu beten, wo man sich im Gottesdienst gewöhnt ist, sondern da werden wirklich auch Vorwürfe gemacht, da wird wirklich auch angeklagt, aber eben in der Gegenwart Gottes. Und die Freiheit, wo offenbar Menschen in der Bibel gehabt haben, ihr Unglück vor Gott zu bringen, das hat mich fasziniert, weil ich das Gefühl, das ist etwas, das in den Gottesdiensten, die ich kenne, und zwar freikirchlich oder reformiert oder katholisch, soweit ich es mitbekommen habe, hat das nicht wirklich Raum eingenommen. Also man sagt, jetzt haben wir eine Zeit, in der die Zerbrochenen und Zerschlagene einen Moment haben, in dem sie ihr Unglück vor Gott äussern können oder in der Gemeinde sich solidarisiert mit ihnen, und es gibt sicher gewisse liturgische Gebete, wo das so mit eingebaut ist, aber der Raum, wo das in den Psalmen finde ich, sollte uns eigentlich wahnsinnig nachdenklich machen. Und dass man auch Raum dafür arbeitet. Ja. Du gehst dann noch einen Schritt weiter und bringst es nochmal zugespitzt, finde ich, unter einem Blog-Eintrag Unglücksfreundlicher Glaube, sagst du dort, die Freiheit, auch einmal unglücklich sein zu dürfen, lässt sich geradezu als ein Kennzeichen des christlichen Glaubens beschreiben. Und jetzt eben sind vielleicht die alle ein bisschen ernüchtert oder enttäuscht, die denken, jetzt bin ich doch eingeladen worden zum Glauben mit dem Hintergedanken. Der Glauben ist so etwas wie eine Garantie für ein glückliches Leben. Ist es offenbar nicht? Ich glaube es nicht. Und ich denke, es ist auch heilsam, sich das zuzugestehen. In meinem persönlichen Leben und auch als Seelsorger, als Pastor habe ich gemerkt, das stimmt einfach nicht. Das verhebt einfach nicht. Der Glaube erfüllt diese Erwartungen nicht. Und er muss es auch nicht, weil der Glaube etwas anderes ist und mehr ist als einfach ein glückes Versprechen. Ja, weil der springende Punkt, und das ist das Befreiende, ist doch, der Glaube eröffnet, in der Glauben an Gott, eröffnet uns eine Perspektive, die unser Leben Bedeutung hat, die unser Leben Sinn macht, auch wenn wir nicht immer glücklich sind. Ich glaube, dass der Glaube einem Menschen wie so übers Leben schreibt, du bist ein geliebter Mensch. Du bist ein geliebter Mensch und das Leben mit allen Unglücks und Glücksmomenten mit allen Schicksalsschlägen und allen positiven Überraschungen ist irgendwie eingebettet in diese Zusage, du bist ein geliebter Mensch und das wird auch für immer über dem Leben eines Menschen stehen. Und das ist für mich die, ich sage jetzt mal, die Perspektive, die weit über die individuelle Glückssuche ausgeht. Und das ist es, wo der Glaube für mich auch so faszinierend und auch attraktiv macht, nicht ein unmittelbares Glücksversprechen. Und es gibt ja auch viele Menschen, die leiden unter Entscheidungen, die sie getroffen haben. Oder unter, von mir aus, wenn die Familie, die Ehe zerbrochen ist, wenn irgendwo in einer späteren Lebensphase man das Gefühl hat, ich stand vor dem Scherbenhaufen von meinem Leben. Und was willst du ihnen denn im Glauben noch zusprechen? Sicher nicht, dass jetzt für die verbliebenen Jahre von ihrem Leben irgendwie das Glück so intensiv ist, dass es alles andere Wettmacht oder was auch immer. Das muss man ja den Leuten nicht versprechen, sondern wichtig ist ja dann, dass es Bedeutung und der Wert von meinem Leben mehr ist, als eben die Summe der Glücksmomente oder der Scherbenhaufen, wo man jetzt davor steht. Und das ist für mich, für mich ist das eine extrem, also auch persönlich ist das für mich eine extrem wichtige Einsicht. So die, weisst du, auch die Hoffnung und die Zuversicht, dass das Leid von Menschen, das sie in diesem Leben erfahren und Not, die Menschen ereilt und die Angst, Schreien, die zu hören sind und die Verzweiflung von Menschen, nicht wie das letzte Wort haben. Das ist für mich etwas, etwas absolut, das ist, für mich ist das im Zentrum von meinem Glauben. Nicht, dass alle auf dieser Seite der Ewigkeit ihres vollendeten Glück finden. Ich merke, das berührt dich und berührt mich auch. Ich finde es ein sehr starkes Schlusswort. Manuel, danke vielmals für das Gespräch. Ich bin einfach jetzt ein bisschen unglücklich, nur, dass wir nicht mehr Senderzeiten haben. Danke dir vielmals für die Anregungen und auch für die persönlichen Statements. Danke für die Einladung. Wenn Sie Fragen, wenn Sie Anregungen haben, können Sie schreiben ERF-Medien-Fenstern zum Sonntag 83.30 in Pfeffingen oder schicken Sie ein E-Mail an tv at erf.ch Merci, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Viel Glück. Die Sendung wurde unterstützt von Speicher-Handwerk AG. Ihr Fachgeschäft für Naturbettwaren. Speicher-Handwerk.ch von Speicher-Handwerk.ch von Speicher-Handwerk.ch